Sonst noch eine Quest hier in der Nähe? Natürlich nicht. Es sind sowieso nur noch die, die vier. Ich habe keine Nebenmissionen mehr. Doch, hier ist einer. Aber ich will erstmal den hier. Ich will den platt hauen. Nein, ernsthaft? Den höre ich nicht mehr, den Pfiff, teilweise. Manchmal hört man den, manchmal nicht. Kann ich mit einem Schwert bestimmt locker... Warte mal. Kingdean... 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 Das war's für heute. Kleinen Moment. Ach, ich bin doch noch... Egal. Den Rest, glaube ich, zu Fuß. Das sind auch Soldaten. Philakis sind in der Nähe. Ich hoffe, der muss pinkeln oder irgendwas. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das sind doch viel zu viele. Jetzt habe ich schon eine Leiste verloren. Hm. Nein, noch so ein fucking Nilpferd! Wo kommst du denn jetzt her? Töte lieber das da! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich hau ab. Doch, ich fliehe jetzt. Schaffe ich niemals. Aua. Komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Ist die Musik irgendwie lauter geworden? Boah. Ich glaube, ich werde bekloppt, ey. Hat der da so fünf Leute und dann nochmal fünf und oh. Ich hoffe, die sind weg. Ist ja grausam. Wie viele Leibwächter der hatte. Der braucht doch keine Leibwächter. Ich hatte jetzt gehofft, dass die gegen den kämpfen oder so. Aber nein. Die sind voll gegen mich. Ich brauche dich mal eben. Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ja, ich weiß. Ihr wollt mich doch verarschen! Seht ihr das da vorne? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hä? Ja! Das ist einfach die mächtigste Waffe. Wo kommt ihr denn jetzt hier? Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist ein Zweikampf. Kein Sechs gegen Einer. Ach Mann. Tschüss. Fick doch dich. Scheiß Spiel. Was eine gequirlte Mist. Wo kommen die her? Ich will alleine gegen die kämpfen. Dann habe ich eine Chance. Das ist schon hart genug. Und wenn dann einer mir den Rücken schlägt, dann kann ich doch nur verlieren, wenn der eine mir dann noch in die Fresse haut. Das kotzt mich an. Ich will doch einfach nur diesen Bastard töten. Diesen verfluchten Scheißkerl. Das kann doch nicht so schwer sein. Ist es eigentlich auch nicht. Ich war nämlich kurz davor, ihn zu töten. Kurz davor. Und das Problem ist, die reiten auch noch. Was soll ich mit, was soll ich gegen reitende Typis machen? Die sind schneller als ich, weil ich kein Reit hier in dem Moment benutze. Was wollt ihr von mir? Warum greift ihr nicht auf? Ich bin vorbei. Ich verstehe nicht, warum die mich angreifen. Ist das ein feindliches Gebiet? Ich verstehe es einfach nicht. Sind das Leute von Phylaxis oder was? Ich muss die erst mal töten. Sonst habe ich ein Problem. Ihr verdammten Feigenbastarde, kommt von eurem Pferd runter. Ich bin vorbei. besonders was ist da vorne los was ist das für eine gequirlte scheiße das sind tausend Leute wieso soll ich denen helfen so kommt her kann ich besser helfen ja 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 Jetzt haut der Typ auch noch ab, oder wie? Die gehören zu dem. Ernsthaft? Die Streiche sind alles zu geben... Sie geht mal um sie zu rücken... ...dass sich dann das Ding schon vor. Mögen, ich schreibe dich ganz genau den Schauspieler. Er fängt erst an, dass ich mich nichtит. Wie��� deine Rennstern-Dialise... ...baut die Schauspieler! Die Kopfgeldjäger kommen dich holen, Mechai. Lass uns was zerschlagen, Joke. Na komm her. Ernsthaft? Wow. Okay, das war jetzt meine eigene Dummeheit. Der war stärker als gedacht. Der hat mich abgeblockt und for... One hit! Ich gebe nicht auf. Ich mache den jetzt. Das kann ich angehen. Wo ist er? Der hat bestimmt wieder seine 20.000 Leute um sich herum. Wenn ja, dann gebe ich vielleicht doch auf. Aber, ganz ehrlich. Der muss doch besiegbar sein. Vielleicht nehme ich doch lieber diese Waffe. Nein! Nicht die Deuter umfahren. Bist du denn verrückt? Das Problem ist... Ja, der ist in Begleitung von vier Leuten. Hm. Ach komm. Gott, davon darf ich mich nicht treffen lassen. Ich muss so machen. Gott. Ich schlag dich zum Brei her. Komm her! Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich hab ihn gleich. Wir haben gleich unseren ersten. Nicht zu viel wollen. Ja, das ist genug Tuung. Philake-Gesicht und Moos. Bayek von Siva bezeichnet sich als Magi. Wird gesucht wegen Verbrechen gegen die Herrschaft unseres glorreichen Pharao. Solermus Theos Philopator. Er ist ein Mann mit einer magel-thialischen Erscheinung und einem vernarbten Gesicht. Ein Befehl. Hier. Den könnten wir auch mal machen. Machen. Ein Befehl. Ein Befehl. Ein Befehl. Puh. Die Beute der Philakes. Eliminieren sie die Philakes. Okay, wir haben schon einen erledigt. Kleinen Moment.